Da links ist auf jeden Fall einer. Da sitzen zwei drin. Oh! Hab ihn! Das ist jetzt blöd. Die erste ist im Geiselraum. Danke. Wando. Durch die Wand. Was war denn das? Was soll das denn? Hilfe! Und das auch? Oh! Die kam durch die Decke. Aber der dritte, der hat keine mehr. Ach du Scheiße. Ich stand direkt drunter, ne? Ah, da nutzt du mir grad den Glas weg, den ich nehmen würde. Guten Abend. Ja, gerne. Wollen wir tauschen? Ich hab hier noch so eine coole Jo-Gi-Oh-Karte. Ich hab das mit dem Tachanka nicht so raus. Der Maid steht still, ich schieße ihm zweimal in den Kopf, alles blutet, ich treffe ihn aber bei ihm nicht. Kleiner Tipp, die linke Maustase drücken. Ja, ich weiß. Bei mir war komplette Wand rot. Kein Tipps. Das ist eigentlich alles, was sie mit dem machen musst. Einfach nur ratdatdatdatdatdatdat. Aber wenn er danach mit 100 HP rausgeht, ist irgendwas komisch. Das war halt grad richtig unglücklich, ich hab den Blackbird gegen das Fenster geschossen. Es war so dunkel, ich hab nur den Namen nicht gesehen, aber nicht dieses Schutzglas. Der wollte auch nur ein Fenster austauschen und die schnapp ab. Ich hab was gegen Handwerker. Ich putze. Lol. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Mann. Lasse. Sehr schön. Ich will gar nicht in den Chat gucken. Schön. Ich steh hinter dir, falls das beruhigt. Warte, 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 warte. Los. Ich hab ihn direkt markiert. Ist da was? Ist da was? Slim. Ich hab den im Glo. Hello. Ah, C4. Das ist ein Scheiß. Das will keiner sehen. Please no. Holy shit. War das schlecht. Warte, schlecht. What the fuck. Hey, Vöttler HP gehabt oder so. Jesus Christ. Ich hab wohl nicht getroffen. Ich hab den aber nicht richtig gesehen, ey. Du hast richtig mit dem Lenkrad hinterher gezogen. Ja, Brotfahrer Stefan. So, wir gehen jetzt oben hin und ich hab Revanche, Fabrice. Störgeräte. Oh, hot, hot, hot! Lol, ich hab bei mir durchgeschossen. Was? Treppe, Rainer, zu dir. Hat ich nicht gesehen, glaub ich. Geht wieder zurück. An der Treppe. Links, links. Ja, aber du sagst Treppe. Was war das für ein Fake-Call, Burak? Das ist ne Leiche, Alter. Oh, wow. Oh, nee, oder? Das war gebaitet. Bei der Retta war ne Leiche, noch. Und er ist in die Richtung gelaufen und dann... außerhalb der Reiche weiter gewesen. Du wolltest doch, dass ich sterbe. Ja. Hast auf Deutsche. Der geht wieder weiter hier. Sack der Treppe, ey, nee. Oh, Mann, ey. Da war so ein Safe-Kill gewesen. Da war so ein Safe-Kill gewesen. Help, help, help. He's down, please help me. Fuck. Fuck. Genau das, Alter. Please. Ja, ich komm nicht so schnell runter. Halt dein Maul, ey. Mann. Ja. Ey, ich bin auf Weg. Das gibt's doch gar nicht, ey. Regt der mich auf, ey. Und er stirbt. You, please. Hier drüben das Fenster auf. Jetzt würde ich grad die Kamera kaputt schießen. Lade-Magazin! Wow. Bitte, kannst du mal umfallen? Alter, wat? Oh Gott. Loot hat nur so gespritzt. Die sind da alle. Ich setze den Sensor ein. Ich hab markiert. Wow. 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 Jetzt picke ich aber nicht mehr. Haben wir einen Dock, ne? Nö. Hab ihn. Wehe! Auf deinen Links? Ja, in Ordnung. In Ordnung. In Ordnung, Twitch. Na nnne Lache! Das ist doch ein Lache! Das ist doch ein Lache! Du siehst ihn? behind dem Wunscher. Oh, ich sehe ihn nicht. Oh, da! Ich habe ihn auch gesehen. Hello, this is me, you're looking for WTF? Hallo, ich darf auch mal singen. Der wacht hier voll das Echo, das hat sich angehört. Ja, weil ich auch ingame noch rede. Ja, wie so ein Soundcheck, ey. Ach, der Scheiß ist das gut. LOL Ach, können die sich mal anstrengen? Jesus. Ja, im Laden. Die Lache. Oh, Göttlis. Boah, leckt mich am Arsch. Kabel war da. Das war ein sahniger Shot. Der war richtig sahnig, ey. Ich freu mich riesig. Ich würd mir den Sprud. Das Sprudu? Oh. Manuel hört sich auf einmal so männlich an, bloody shit. Luke. Gib mein Bestes an. Oh, Luke. Jetzt komm, jetzt kannst du Death Metal machen. Auf geht's. Ich muss nur anfangen zu kichern. Das ist quasi Death Metal. Das ist quasi Death Metal. Was ist das? Siehste? Ich hör jetzt nicht so ungesund an. Nikita Gottsack. Hast du was auch gesehen? Das ist ein bisschen. Oh nein. Da klopft einer. Mach mal auf. Pizza da. Geh schon. Nicht aufmachen los. Ist auf. Ne, also ich mach hier zu und lass keinen mehr raus, hab ich gehört. Ja. Ich mach das mal kaputt. Oh, oh, oh. Fatsack, fatsack, fatsack. Äh. Ich hab nemals Schaden gemacht, oder? Ich hab nur ein leichtes Piepen auf dem linken Ohr, aber sonst. Alles paletti. Mann, meine blöde Lampe ist kaputt. Ist ja so dunkel. Ich seh die Knöpfe gar nicht. Ja, hey. Guckst du beim Spielen auf die Tastatur, oder was? Welche Knöpfe ich finde? Ja.